Passen Sie gut auf sich auf! Sind Sie eigentlich verheiratet? Ja, leider. Oh, und wie läuft's so mit Ihrer Frau? Das läuft ganz gut, wir erwarten uns das zweite Kind. Oh, oh, ja, hm, okay. Wenn Sie mal ne gute Scheidungsanwältin brauchen, gerne gesessen, das bin ehrlich. Hier ist meine Karte. Oh, danke schön. Bitte schön. Ja, dann machen Sie's mal gut. Zurück zur Station zu fahren. Ja, 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 okay. Viel Glück mit Ihrer Ehe und so.